Das ist ein faszinierendes Teil und sehr sehr teuer. Es ist ein sogenannter Safety Cap und wird in Kernkraftwerken verwendet. Wozu verwendet man das? Ganz einfach, man hat ja diesen brodelnd heißen Kessel mit leicht radioaktiver Suppe, den man gerne verwenden möchte, um Energie zu erzeugen. Das Problem ist, man muss ihn erst richtig mit Uran anreichern. Also schüttet man dieses Uran hinein, bis das Ganze sich immer mehr anreichert und jetzt weiß man natürlich nicht, ist es schon fertig. In der Küche kann jeder Koch mit dem Finger hineinfahren und sagen, ja passt, im Kernkraftwerk wäre das tödlich. Also nimmt man diesen Safety Cap, fährt hinein, rührt um und sagt, ist ziemlich gut angereichert. Das wäre jetzt mal meine Erklärung, aber vielleicht hast du eine bessere Erklärung, was das wirklich ist. Dann hinterlass uns doch einen Kommentar. Ich sage Safety Cap. Das ist ein Kommentar. Das ist ein Kommentar.